so was nehme ich denn offizier wie immer wie immer offizierchen einfallsreich das muss man denn 50 offizier kills sechstausend punkte mann was soll die lage ist folgende wir wollten auf der kuh einen droiden von den schrottsammlern kaufen eine alte imperiale einheit mit daten die wichtig für die erste ordnung wir haben überall truppen der ersten ordnung wir müssen sie bekämpfen bis wir eine exfiltrationsroute haben haltet den landeplatz und die alte reaktorkontrollkammer so lange wie möglich gegen die truppler nicht zurückweichen geschützt stationiert reaktorkontrollraum unter beschuss die reaktorsteuerung verdammt wir geben den landeplatz auf alle zur reaktorsteuerung aktiviere automatisch geschützt werfen granaten sie sind im reaktorkontrollraum wir verlieren ihn die sache wird zu einem blutbad rückzug aus dem sektor begeht euch zum nachschub lager ich habe einen plan transporter kommen um uns raus zu holen aber sie brauchen zeit wir halten die erste offener nachschub lager fest die 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 Das ist nirgends! oh mein gott wurde schon wieder von dem helden geplattet also auf jeden fall ja das muss sein schwerer beschuss im lager geschützt einsatzbereit schiffe runter werfe granate wir schützen die hilflosen mit unserem leben du bist hier nicht willkommen leck mich fett man meine waffe muss sie machen ich bin so schlecht zwei kills alter so schlecht war ich ja noch nie ok dann nehme ich jetzt mal den hier ACHTUNG GRANATE ich halte die linie immer weiter so vorrücken ich geb euch feuer schutz ich bin so schwer ich bin so schwer ich bin so schwer Werfen, Galate! Bleib drüben! Ein Ablauf könnte diese Kerne besiegen. Ich lege Feuerschutz! Ich muss den Wetter bleiben. Ich lege selbst nach Schauspielern! Ich zieh dich ab! Jetzt dicht ran! Ganz in der Nähe. Danke! Wie kommt die Kasse in die Nähe? Ja mein Gott. Nice. Haben wir gewonnen oder was? Wir können los.